Und du liebst uns beide zu sehr, das weiß ich, als dass du einem von uns Unrecht tun würdest. Wenn dein Urteil gegen mich ausfällt, dann antworte nicht. Ich werde dein Schweigen verstehen und wissen, was ich zu tun habe. Ich umarme dich, Marc. PS. Ich gebe mir zwei Wochen. Bis dahin müsste deine Antwort eingetroffen sein. Und so lange halte ich's noch aus. Vielleicht. Mein lieber alter Marc. Amon hat mir alles zwei Tage vor meiner Abfahrt erzählt. Sie war eben eifersüchtig und hat ihr nachspüren lassen. Sie war außer sich vor Wut und Demütigung, als sie erfuhr, dass es um Pleo ging. Und wie dir zumute war die ganze Zeit über, das konnte ja ein Blinder sehen. Es war alles ganz einfach. Ich konnte nicht mit ansehen, wie ihr beide leiden musstet. Ihr, die ihr mir doch so viel bedeutet. Jeder von euch. Und bei dem, was ich hier zu tun habe, ich schäme mich, das hinzuschreiben. Kommt es doch auf einen Toten. Und bei dem, was ich jetzt eigentlich mein правileramorphinker, wenn ich mir dann moje und sanfte nicht beschreiben kann. Ich glaube, was ich hier hacer.